Willi und ich waren dreieinhalb Wochen auf Lanzarote. Im Flieger ging es für Willi im Alter von zarten elf Monaten in der Kiste da auf die Insel. In dem Video hier erzähle ich dir kurz was das ganze sollte und warum wir es in der Form nicht noch mal wiederholen werden. So und los geht's. Hier kommen Willi und ich gerade an. Das ist die Küche der ersten Wohnung die wir hatten. Mein Fahrrad war mit wie immer und mein Laptop. Ich schreibe einmal im Jahr in Abgeschiedenheit an meinen Veröffentlichungen. Das Buch was du gerade gesehen hast ist am 19. Januar erschienen. Ausblick hier toll. Im Norden von Lanzarote gibt es auch ein paar abgelegene Strände wo ich Willi laufen lassen konnte, wo ich mit ihm spielen konnte, mit der Beißwurst, mit dem Ball. Ich selber habe nur anderthalb Stunden am Tag trainiert, weil ich Willi nicht so lange alleine lassen wollte. Ansonsten war Willi wirklich überall und immer mit dabei. Also fast 24-7. Für mich auch ein wichtiger Aspekt hier so ein Abenteuer mit deinem Hund zu erleben. Das stärkt auch die Bindung zwischen Hund und Hundeführer. Ja trainiert haben wir wenig bis gar nichts. Hier siehst du Ablage. Also so Alltagstraining habe ich natürlich schon gemacht. Vor der Bäckerei, vorm Supermarkt. Das hat super geklappt. Einzige Ausnahme war Fährte. Wir haben gefährtet alle zwei Tage auf für Willi unbekannten Untergrund. Der kennt zu Hause ja nur Gras, also Rasen und Wiese. Ja ansonsten habe ich ihn viel laufen lassen und viel gespielt, weil zu Hause hat er eigentlich immer nur Schleppleine wegen dem unübersichtlichen Gelände. Und da hat er natürlich auch super Spaß dran gehabt, hier ohne Leine in unterschiedlichen Terrains rumlaufen zu dürfen. Eine Woche kam meine Frau, da habe ich nicht gearbeitet und da haben wir ein bisschen es ruhiger angehen lassen, ein paar Bodegas besucht, ein paar Ausflüge gemacht. Das war dann auch mal für mich eine nette Abwechslung, weil ich dann auch ein bisschen mal selber auch es lockerer angehen lassen konnte. Willi sowieso, wie man hier auf der Liege sieht. Ja jetzt noch zwei Sätze dazu, warum ich es in der Form nicht nochmal machen würde. In Spanien sind Hunde nicht unbedingt das, was sie in Deutschland sind. Es gibt überall Verbotsschilder. Du kommst mit dem Hund nirgendwo rein, weder in ein Restaurant noch ein Museum noch an viele Strände nicht und und und. Das war der eine Grund. Der andere Grund ist, ich bin tatsächlich früher zurückgekommen, weil Condor die Rückflüge umgeroutet hat und es keinen Direktflug mehr gab. Ich habe den letzten erwischt am 4.2. und mit Willi wollte ich natürlich keinen Flug nehmen, wo er dann acht Stunden in der Kiste im Frachtraum sitzen muss. Und darum bin ich früher zurückgekommen und das in Kombination mit der mit den ganzen Verbotsschildern habe ich dann gesagt in der Form so nicht nochmal. Das war's von mir. Ein kurzer Abriss. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Das war's von mir.